Kett, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit! Fahrzeug, da! Hinter den Fenstern! Aufpassen, Kerz! Tut mir leid! Sieh mich vorsichtiger! Station voraus! Alle Mann bereit halten! Sieht gut aus. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Krieger haben Sie keine Chance. Drücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl, Kommandant! Schörnitz! Sieh rücken vor! Schuss hat gesessen! Feuer erwidert! Panzer zerstört! Wir hätten keine Chance gegeben uns! Holen wir uns die Stadt zurück! Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten! Wie stark ist Ihre Verbände? Sie sind keine Rolle! Sie sind uns nicht gewachsen! 2 Uhr! Feuer! 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 Weiter auf der Straße! Zerstören wir Ihre Vereinigung! Scheiße! Wer schockt durch die Fenster? Mach irgendwas, Peter! Sie nehmen Stefan auseinander! Strengen Sie sich gefälligst an! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Sie fliegen! Sie haben wohl schon einen Tiger gesehen, ja? Sie sind auf der Straße! Sie haben wohl schon einen Tiger! Sie haben wohl schon einen Tiger! Sie haben wohl ein Tiger! Befehl bestätigen, Hartmann! Jawohl! Oberkomato hier Anton 1. Befehl bestätigt. Rück ihn jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren! Stimmleister! 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 Lкам 1! Stimmleister! Das ist ein Kind, Mutzmann! Das müsste die letzte Artilleriestellung gewesen sein. Anton 1, einzige Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und absehen. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Herz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt.